Ja, 2012, das ganze Jahr war voll mit Wut und Freude, Spaß und Frust, doch jetzt hoffe ich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. 2. Januar, ich bin immer noch verkatert, weil bis heute 3 Uhr morgens noch der Singemolter am Start war, aber jetzt ist es okay, ich bin bereit für die neuen Reime mit Style-Zier-Folge feiern, bereit für eine goldene Scheibe und deshalb werde ich in nächster Zeit laufend am Mic stehen, damit die geile Mucke ab 2013. Also, Prost Neujahr, Treblin, APL, 54 Fingers, Grafidi, es gibt ordentlich was auf die Ohren dieses Jahr, followt uns, bleibt dabei, peace out und bleibt gesund natürlich.